Wo Funken fliegen und es ordentlich staubt, da ist Absaugwerk nicht weit. Das Unternehmen in Neu-Ulm entwickelt und produziert professionelle Absaugsysteme für die Industrie. Mit den individuellen Lösungen werden Schadstoffe aus der Luft gefiltert und Mensch, Maschine und Umwelt geschützt. Wie zum Beispiel bei 24-7 Taylor Steel in Langenau. Wir bieten unter anderem Kantenverrunden für unsere Blechteile an und die Stäube, die bei diesem Prozess entstehen, binden wir einfach dann in dieser Absauganlage. Wir haben hier in Langenau die erste Anlage dieser Version bei uns bekommen und wir sind sehr zufrieden, obwohl es ja ein Prototyp mehr oder weniger war und haben dort bisher wirklich in dem ersten Jahr der Produktion sehr gute Erfahrungen gemacht. Absaugwerk ist ein verlässlicher Partner, der Verantwortung für sich und andere trägt. Selbstverständlich auch für die Mitarbeiter, die Werker. Ein einzigartiges Team, das tief in der Branche verwurzelt ist und gemeinsam über 200 Jahre Erfahrung in der Absaugtechnik mitbringt, wartet auf dich. Wir bieten einiges. Ich fange jetzt nicht an bei Bio-Obst oder Kaffee und Getränken, die es bei uns selbstverständlich immer gibt, sondern wir sind ein Unternehmen, wir sind Werker, wir leben flache Hierarchien, wir gehen zusammen, wandern, wir unternehmen zusammen tolle Dinge und am Ende des Tages ist es immer so, es sollte jedem mindestens genau gleich viel Spaß machen, sodass wir alle davon profitieren und jeder hier jeden Tag gerne zum Arbeiten herkommt. Flexible Arbeitszeiten, ein Firmenwagen, über 30 Tage Urlaub und eine einzigartige Feel-Good-Philosophie. Dazu unabkömmliche Werte innerhalb des Teams wie Ehrlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit. Du willst auch ans Werk? Für die Montage und Installation der Absauganlagen suchen die Werker weitere Serviceelektriker und Monteure. Einfach online bewerben auf absaugwerk.de Gemeinsam entwickelt sich das Team jeden Tag weiter. Bei Absaugwerk bist du keine Nummer, sondern ein Werker, dessen Ideen gehört und schnell umgesetzt werden. Das und vieles mehr macht Absaugwerk einfach echt besser. Das und vieles mehr macht Absaugwerk ist das Team jeden Tag.